Musik Hey, warum bist du denn so traurig? Weil die anderen Kinder sauer auf mich sind. Wieso sind die anderen Kinder sauer auf dich? Weil ich ihr Taschengeld genommen hab. Aber ich hab's wirklich ganz, ganz unbedingt dringend gebraucht. Aha. Wofür? Sag ich nicht. Und warum nicht? Du musst mich zuerst einladen. Ich muss dich einladen, damit du mir sagst, wofür du das Geld ausgegeben hast? Ja. Lieber kleiner Werner, ich lade dich ganz herzlich ein, mir zu sagen, wofür du das Geld der anderen Kinder gebraucht hast. Hab nix, Kat. Gut, nochmal. Achtung, Einladung. Wofür hast du das ganze Geld ausgegeben? Nix, Kat. Na komm. Du kriegst doch eine Schokolade. Echt? Na gut. Also ich hab das ganze Geld für die Kindergartenzeitung gebraucht. Weil nämlich, ich hab die Kindergartentante gefragt, ob in der Kindergartenzeitung nicht einmal ein Bild von mir drinnen sein könnte. Und eine Geschichte über mich und ob ich nicht auch ganz vorne drauf sein könnte und hinten und überhaupt auf jeder anderen Seite auch. Und da hat die Tante gesagt, oje, kleiner Werner, das wird aber teuer. So, und jetzt her mit der Schokolade. Wenn das im echten Leben nur auch so einfach wär. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020